Jule, wo bist du? Ja Warte, Stock! Hier oben! Magst du die Rüste wieder ins Rad mal geben? Ja, mach ich, warte. Ich muss halt jetzt nur die richtige anziehen. Hast du hier schon unser Gästehaus angeguckt? Nein, so richtig kam es noch nicht. Genau, die Batterien hast du aufgedreht und jetzt musst du nur... Jetzt hast du ja aktuell 299m von 20m. Ähm, wir gehen einmal mit den MFSOs. Geht schneller, meiner Meinung. Ja, ja, geht schon schneller. Und dann sorgen wir einmal im MFSO... Ach, hier sollte ich die aufladen. Na, äh, ein Stockwerk tiefer. Oder zwei. Aber ich packe die jetzt hier in den MFSOs, sodass es schneller geht. Kannst die doch schon rausnehmen, wenn 5 von 5 ist. Ich hab ihn in den 4 verteilt. Mhm. Joa. So. Zack. Das stimmt noch. Das stimmt noch. Und jetzt hast du eine voll aufgeladene Rüstung. Dann würd ich sagen... Ab zum... N... M... Oder... Hast du die jetzt markiert? Du weißt, wo das ist. Ja, ja. Gut, ja, ich wollte mal... So, ne, ich nicht. Gut. Aber wenn du mir die Koordinaten sagst, dann kann ich da auch mir ein Waypoint setzen. Ja, das sind nur 200 Meter, das ist nicht viel. Achso. Ja, Jule, kommst du auch gut? Ja. Ja. Den Gedanken hab ich auch grad gehabt. Ich hab mir das recht, ich höre da alles, ne? So, Jule, Chatpack drinne, oder? Ja, ja, ich kann mich bloß grad nicht bewegen. Ja, wieso? Gar nicht? Ja, meine Schwester, tu dich. So, jetzt. Okay. Wir wieder schön machen. Ja, ich war fünf Meter zu weit oben. Also ich würd das Chatpack sowieso ausmachen erstmal. Ja. Jule, du hast ein Problem beim Fortbewegen? Ja. Ja. Das liegt daran, dass deine Rüstung zu schwer ist, weil du die Batterien drin hast. Okay. Warte, gib mir mal kurz deinen Kopf. Gib mir kurz deinen Kopf und deine Füße. Du musst ja da rein robben. Jetzt kannst du dich schneller bewegen, gell? Kann schon sein, ja. Warte, ich, äh, wir schaffen es heute noch zum End. Ja, okay. Ja, der Weg zum End wird das längste sein. Wieso, wenn es 200 Meter sind? Ist doch fix. Ja, ungefähr 200 Meter. Nein, ich mein jetzt generell. Vom Ganzen ist der Weg, bis wir das dahin geschafft haben. Ist jetzt an mir vorbei geflogen. Wer? Ja. Oder? Nein, ich bin gerade im... Nee, das war ich. Im Keller rein. Äh, die Energy entfernen wir. Amor 10. Jule? Ja? Die entfernen wir auch. Kommst, äh, du hast noch was eigentlich vergessen. Bei deiner Amor. Und zwar, du hast die Rüstung nicht hochgetreten, nur die Batterien. Oh. Ja, dann kommst du noch mal runter. Ich schmeiß die Klappe. Da deine Füße und da dein Kopf. Die Füße sind runtergefallen. Die liegen unten. Mach's am besten nochmal bei deiner Amor, äh, links, äh. Ja, sollte aber auch so gehen eigentlich. So, dann, ich würd sagen, jetzt können wir runter. Warte. Will mir nur noch schnell nen Book Stand mitnehmen. Okay. Was ich mir dann... Ja. Weil da nehm ich mir direkt, äh, so nen Buch mit, dass wir uns nicht den Abspann angucken müssen. Okay. Gibt's da nen Abspann? Ja. Der ist sehr ewig. Okay. Jule, wo bist denn du? Beim Dauerzucker. Hä? Beim Dauerzucker. Beim Dauerzucker? Wo ist ne Dauerzucker? Bei mir. Ja. Ja, warte, wir kommen hoch. Ach so, ja okay. Stimmt, er wollte sich noch Book Stand mitnehmen. Dann kannst du die doch rein, tue ich sogar nen Linking-Book machen ins End, oder? Ja, hab ich auch vor. Ich hab direkt, äh, ein Stack Buch Bücher mitgenommen. Ein Stack auch noch? Okay. Ja. 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 Ah, du hast den Taumus-Listen bei dir drin, oder? Ja. 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 Ich sag nur, wegen Taumonomikon. Haha. Wir haben keine Bücher. Oh ja. So. Und hier müssen wir jetzt noch ner... Ach, äh, wir brauchen ja noch ein paar Ender-Augen. Fällt mir grad ein. Jaaaa, ich steh hier irgendwo auf nem Baum. Ich warte einfach mal. Ähm. Ja, ich geh schnell mal welche holen. Das war, ähm, Ender. So ne Ender-Perle plus Blaze Powder, ne? Ähm, weiß nicht. Ei auf Ender. Moment. Was war das? Was war das? Ach so, Skelett. Ja, ich glaub schon. Jo, Ender-Perle plus Blaze Powder. Genau. Sie meint ein Skelett sich mit mir anzulegen. Was ich auch geil finde als Auge ist das, ähm, Salamanderei. Äh, ja. Das hab ich ja schon mal gesehen. Äh, das hat die Funktion, äh, 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 was mach ich hier? Ich lauf hier grade über nen Baum und die Blätter werden blau. Ja, das ist, ist so ein magischer Baum. Ja, aber, aber... Nur wenn du die Wetter anguckst, dann werden die blau. Ah. So, hier unten geht's rein. Wo denn? Wo seid denn ihr jetzt schon wieder? Ich bin unter dir. Ach so, du bist... Ah, okay. Jule, wo bist du? Ich habe keine Ahnung. Na, Moment. Wo ihr seid, also... Ach so, da ist sie schon. So, jetzt. Gut. Und jetzt hier nen Bodenkram, oder was? Ja, Moment. Wo hast du denn? Ich mach schon mal los. Und da. Ich kann irgendwie mit dem Jetpack nicht fliegen. Okay. Na doch nochmal, äh, Doppel-R-Taste irgendwie. Nein, 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 äh, du musst das in den Einstellungen einstellen. Ah. Also, und der K. Musst du die... Das, äh, Dings... Aktivieren, deaktivieren, das Jetpack deswegen. Aber komm einfach irgendwie her. Ja. So, das Portal steht jetzt. Also, aufpassen beim Runtergehen. Darf ich dir reinfallen? Ja, gut. Wäre jetzt nicht so schlimm. Ach, da kommt sie. ETF. Äh, Andy. Was denn? Wolf hat unsere Schafe gefressen. Was? Ohne Mist. Oder ist das ein Hund? Keine Ahnung, der hat auf jeden Fall die Schafe gefressen. Alle. Ich habe... Ich hoffe, du hast den Schockabsorber drinnen. Ja, habe ich. Gut, dann komm runter. Oder auch nicht. Aber deaktiviert auf jeden Fall. Achso, ja. Muss ich noch. Egal, jetzt haben wir einen Hund. Ach, ein Stück weiter runter noch, oder was? So, ich hab schon mal ein bisschen Sicherheit gemacht. Dass man nicht direkt reinfällt. So. Jule warten. Ja, sorry. Jo, kein Problem. Na gut, jetzt habe ich noch 22 mal Eye of Ender. Ein paar viele mitgenommen. Na ja. Und bevor ihr mich das erstmal hier das mitgenommen habt zum Aufnehmen, habe ich euch gesagt, ich habe keine Ahnung, viel zu Biest. Ja, ja, ja. Ist ja nicht schlimm. Ach, ist doch so. Na dann. 2, 2, 1. 2, 2, 1. Los geht's. Oh, scheiß aufs Countdown. Ja, ja. Ender-Tracking, ich habe ihn. Oh. Oh, hi. Jule, du kannst auch, wenn du die Pick-Gags in deiner Dings hast, kannst du auch, ähm, einfach nach oben graben, oder? Ja. Ich werde wahrscheinlich gleich gehen. Oh, ich bin, ich bin, ich bin oben. Ich auch. Ach, ich nehme einfach die Treppe. Ich bin zu blöd für das Jetpack. Jetzt kommen ganz viele ektische Geräusche, oder? Endermen und so. Erstmal müssen wir ja diese komischen Türme hier zerstören. Ach, zerstören? Ach, stimmt. Ja, hat er sicher. Also einfach, einfach drauf schießen, oder schlagen. Also theoretisch könnten wir den auch killen ohne. Okay, oder kicked werden. Wegen Fly ist noch der Enabled. Äh. Ja, wir könnten den ohne Probleme auch. Ohne. What? Ja, können wir. Okay. Ich wurde gerade schon wiedergekriegt, sorry Leute. Ja, dein Shock Absorber ist nicht an, Sula. Ist der schon da? Nein. Wo ist der? Steht Shock Absorber off? Okay. Ja, du musst nochmal so lassen anhaft. Ey, ich werde hier so verarsch. Ja, eben hatte ich ja auf on gestellt, aber da... Naja, ich mach die Reste schon mal doch noch, alle. Ja, mach mal. Also, ich hab's voll erwischt mit Flying is not enabled, sorry. Kannst du auch eben anmachen, ne? Oh, der ist schon tot. Ja, der ist tot. Ja, der ist tot. Ach, Mann. Wir haben den unter 187 bei der Toten Kunst. Boah. Deswegen ist halt dieser hässliche Zone. Ach, du hast ihn auch bekommen. Ja.